ja damit er dich aus angreifen ich will noch nie angegriffen werden der kann es gerne versuchen mich anzugreifen sagen wir mal so was haben wir denn hier ach so er kommt zu mir war ja klar der kann dich nicht leiden eindeutig nicht so wie sieht es bei mir mit dem platz aus bei mir wird es langsam ziemlich enger da geht noch die der drecks huskale schützt auf jeden fall deine leute zu glück habe ich schon mauern entwickelt hast du deine dings abgerubt was die palisaden ja die habe ich abgerubt ich habe die noch als vorletzte bastion dort hingestellt ja so wo 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 ich will mit dem wölfecker hauen oh man nun kommt ihr bauern baut schneller diese scheiß burg gleich ist der tor nieder ja 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 fliegt man reparierter tor gibt es bei bauern so deutsch ritter wenn sie durchkommen steht so auch wenn es nicht mein stil ist mich einzubauern aber zurzeit bleibt mir nichts anderes übrig oh da wurde irgendwas grad von mir demoliert oder der t t t t t x ist klar h h die Christoph das nicht Oh, ich habe keiner mehr, der Häuser baut Ach Das ist ja wohl ein schlechter Witz Wird er immer noch nett Wird er immer noch gegen dich gewinnen Jupp Manche lernen es ja nie, ne Ach ja Wie, da fehlt was Bitteschön, jetzt aber So Also ich bin gut aufgerissen Will ich hoffen Ich bin gut aufgerissen Der Toitone hat, glaube ich, den Vorteil, dass er sogar alle Einheiten in Burgen und Türme schießen können. Ja. Hm. Ne, scheint nicht so. Oh. Tja, wenn die Elite Planker nicht so arbeiten, wie sie sollen. Tja, meine... Please don't kill me. I haven't... Die Bauern betteln drum, dass du sie verschonst. Ach, wat. Können mich mal... Wie denn, wenn wir mit so Drecks... Viechern kommen, Alter. So beschissenem... Mönchee. Das ist richtig. Ah, jetzt fehlt mir Nahrung. Macht nix. Ich hab Gold. Zinnenentwicklung. Jetzt haben die einen Deutschritter von mir übernommen. Oh, Mann. Das ist aber alles andere als zweckmäßig. Alle die... Ich raste hier komplett aus bei denen. Ah, die sind gleich durch. Alter, mit was die halt kommen. Ich werde gleich zum Gegenangriff ziehen. Kannst du... Bist du schon in der imperialen Zeit? Noch nicht. Was brauchst du? Ja, ich entwickle mich gerade da hin. Ach so, okay. Ja, das mit dem Platz ist natürlich hier... Ganz krass. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich... Überhaupt meine Dings... Ausnutzen kann. Mein Einheiten-Limit. Wenn nicht, müssen wir uns erstmal... Ich sag jetzt mal... Nach vorne prügeln. Mhm. Warum denn nicht? Holzfäller müssten doch eigentlich genug machen. Platz. Ja, das ist natürlich auch richtig. Da kann ich auch noch ein bisschen mehr davon rekrutieren. Oh. Ah, die scheinen jetzt durch zu sein. Bei dir. Ja. Du wäre... Schick doch deine Deutschritter raus in den Nahkampf. Ja, was meinst du, was ich mache? Die sind schon alles tot. Ach du Gott. Brauchst du was an Ressourcen? Nee. Wenn überhaupt nur Gold. Gold, ja. Los, entwickle die schneller zu Elite-Deutsch-Rittern. Oh Gott. Noch kann ich mich halten. Alles klar. Solange ich noch Gold habe. Betonung liegt auch, solange du noch Gold hast, ne? Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Dann springe ich für dich ein. Oh, jetzt kommen sie mit ran, Böcken. Oh, jetzt sind es wenigstens Elite-Deutschritter. Was hält? Oh Gott, 600 Sätze. Hier habe ich es da. Hast du die Zinnen schon entwickelt? Die wat? Zinnen. Zinnen? Erhöhen der nur Reichweite für Burgen um drei Einheiten. Wo ist dat? In der Burg selber. Nee. Noch net. Oh Mann. Oh Gott, ich habe zu wenig Gold. Hier sind so viele. Ich habe auch zu wenig Nahrung anscheinend. Oh Gott. Ich versuche zu unterstützen. Moment. Ich schicke dir gleich was. Ich versuche zu wenig Nahrung anscheinend. Warte, ganz kurz. So, dann schicken wir eben mal ein bisschen was. Das müsste ja wohl erstmal reichen. Einhoff, danke. Also ich hoffe, es reicht. So, jetzt ist Nahrung nur noch das Problem. Ja, mit Nahrung, da stellt sich der Dings mal ein bisschen problematisch an. Ja. Ja. Der Teutone. Ja. Das war. Ja. Okay. Das ist toll. Ja. Oh Gott. Es hakt. Aber es hält. Nicht, dass zu viele Einheiten jetzt spawnen. Das kann natürlich sein. Dann haut es uns jetzt natürlich gleich raus. Nee, das ist ein Verbindungszusammenbruch. Hm. So. Da hatten wir Korn ein kurzes Problem gehabt mit der Leitung. Die hat von Janik einfach mal ganz kurz schlapp gemacht. Hm. Und jetzt setzen wir auf jeden Fall die Aufnahme problemlos weiter fort. Also kurzer Cut an der Stelle. Hey, du musst gleich irgendwie ausrücken und dir irgendwas von denen vernichten. Ja. Ich baue gleich, ich baue eine Armee. Ich versuche eine Armee zu bauen. Ich weiß nicht, wie lange ich mich hier noch halten kann. Ich komme mit immer mehr Einheiten. Und ich habe keine Nahrung, um was zu bauen. Ich habe keine Nahrung, um was zu bauen. Mönchen. Da, Burg, auf dem Mönch. So. Ich versuche jetzt zu formieren. Mach das. Oh, gut. Ja, die Nahrungsproduktion Hängt bei dem immer etwas zurück Solange ich die ganze Zeit Deutschritter produzieren kann, läuft es Ja, das ist wohl wahr Das ist wieder der Rusher Mein Gold ist auch bald weg Vergrößere deine Dings an Holztallern Wie viele hast du dran, wie viele Holztaller? Keine Ahnung, wie viele Auf jeden Fall eigentlich ausreichen für Holz Ich habe 47 und 32 Bauern Gott, ne, so viele habe ich nicht Mehr, du musst mehr machen, du musst das Gold ausgleichen Du brauchst mehr Ich habe 19 und 33 Bauern Mehr, du brauchst mehr Ich kann nicht mehr bauen Ich muss die ganze Zeit Nahrung für Verteidigung ausgeben Andernfalls verliere ich hier Siehste, jetzt hängen die hier schon Mit ihren Ramböcken an meinen Burgen Okay, ich versuche zu Bei mir formiert sich eine Einheit Okay, ich versuche ihn abzulenken Mach das Ein Moment bitte kurz Ich bin mal in meinem Ramböcken Und ich muss alles aufpassen, ich mich würde zu